Hi, ich bin LaBamba. Hi, ich bin Quaseltonia. Und wir sind die Schokofrösche. Yay! Ach so, das war der Einstieg. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schokotransch. Hello, hello, hello. It's us again. Yes. Wie geht's dir? Ja, ganz gut. Ich bin eingeschneit ein bisschen. Tatsächlich. Er bleibt auch liegen. Es ist witzig. Ja, bei dir ist immer direkt schon so Schneechaos und bei uns so drei Flocken und ich raste komplett aus. Ja, es ist doch relativ viel gewesen jetzt. Ich hatte gedacht, dass es sofort wegschmilzt, aber es ist irgendwie nicht. Es ist immer noch da. Allerdings ist es ein bisschen angeschmolzen und gefroren. Es ist jetzt einfach super glatt. Und jetzt bin ich gestern oder vorgestern, ich weiß gar nicht mehr genau, abends mit dem Hund gegangen. Ari zieht ganz gerne mal an der Leine. Ja, das ist halt, wenn es glatt ist, ein bisschen unpraktisch, weil ich gehe immer so mitten auf der Straße, damit sie nicht die ganze Zeit schnuppert und mich da von einer interessanten Ecke zur anderen zieht. Und mitten auf der Straße geht es dann. Aber wenn sie dann mal wieder irgendwie was Fixes im Kopf hat, so, oh, da könnte ich ja jetzt mal abbiegen, dann zieht sie dann. Und dann nicht mehr so, okay, so 26 Kilo, die mich jetzt hier durch die Straße ziehen, muss ich mir so Spikes demnächst unter die Schuhe tun. Oder Schneeschuhe richtig anziehen, keine Ahnung. Oder Direktschlittschuhe, dann kannst du direkt hier durch die Straßen saufen. Ja, oder auf den Schlitten, dann kann ich mich auch auf den Schlitten setzen. Schlitten, oh, beste Idee. Das ist eine viel bessere Idee. Ja, das wäre so witzig. Ja, dann kann ich mich demnächst hier durch eine Ortschaft ziehen. Und davon hätte ich gern auch ein Video. Ja, eventuell kommt das Tierschutzamt. Es wird nicht so professionell aussehen, dass man uns abkauft, dass das Sport ist. Ich glaube auch nicht. Habe ich letztens einen getroffen, der ist so auf dem Roller gefahren, von seinem Hund gezogen. Das war kein normaler Roller, das sah schon sehr sportlich aus. Und wir haben die aus dem Takt gebracht, weil Ari dann mit diesem anderen Hund Kontakt aufnehmen wollte und ich nicht schnell genug war, um sie an die Seite zu dirigieren. Und da dachte ich, okay, Unfallgefahr. Oh je. Und wie geht es dir? Ja, eigentlich ganz gut. Wir haben keinen Schnee. Also es hat einmal kurz geschneit, aber es war nicht der Rede wert. Aber es ist halt einfach saukalt. Aber dafür habe ich mich in einem Fitnessstudio angemeldet, weil ich gehe im Winter natürlich jetzt auch nicht mehr laufen, es ist mir zu kalt. Und mein Fitnessstudio hat eine Sauna. Und jetzt bin ich glücklich. Das kann ich verstehen. Jetzt bin ich ständig in der Sauna. Also eigentlich gehe ich nur ins Fitnessstudio, um in die Sauna danach zu gehen. Ja, Wahnsinn. Ich könnte auch eigentlich nur in die Sauna gehen, wenn ich es mir recht überlege. Ja, das wollte ich gerade vorschlagen. Ja, ich glaube, ich bin jetzt einfach nur die ersten Male noch motiviert und irgendwann werde ich einfach nur noch in die Sauna gehen. Was machst du denn im Fitnessstudio? Also ich war jetzt erst zweimal da und ich habe beim ersten Mal war ich nur auf dem Stepper und bin ein bisschen Fahrrad gefahren. Und heute habe ich Yoga gemacht und war danach noch eine halbe Stunde auf dem Laufband laufen. Ah ja, Wahnsinn. Also quasi Indoor-Jogging. Also Fitnessstudio ist mein Endgegner. Ja, meins auch. Also ich war früher im Studium, war ich voll oft in einem sehr bekannten Fitnessstudio, wo quasi alle Studenten sind. Da war ich super motiviert. Ich weiß auch nicht, wieso. Und dann irgendwann ist mir aufgefallen, so das ist gar nichts für mich. Und dann dachte ich mir, ich werde mich nie wieder im Fitnessstudio anmelden. Ja, und jetzt habe ich aber das Problem, dass ich ja nicht mehr joggen gehen will, kann, weil es einfach zu kalt ist. Das hätte ich aber irgendwie auch nicht geschafft. Und dann dachte ich mir, hey, das wird in der Studium eine Sauna. Ja, ja, ja. Nee, also bei mir fängt es ja schon, also bei mir wird es, oder ist das bis jetzt immer am Hingehen gescheitert. Nicht, weil ich nicht motiviert genug wäre. Ja, das ist das Praktische, weil es ist halt fünf Minuten von mir entfernt. Das ist keine Ausrede. Aber ich bin zu schüchtern. Das ist mein Problem. Ich habe mich online angemeldet. Es geht gar nicht um mich da anmelden und sagen, hi, ich bin die Amba und ich würde gerne hier mitmachen. Das ist jetzt weniger mein Problem. Aber da hingehen und da sind so viele Leute, die wissen, was sie tun. Und es wird obvious sein, dass ich keine Ahnung habe, was ich da tue. Ja, aber das ist ja das Gute, weil ich bekomme am Dienstag, machen die so einen Fitnesstest mit mir und dann bekomme ich so eine Einführung. Und dann zeigen die mir ja alles. Das ist eine schlechte Ausrede, Bumsi. Nee. Doch. Und das schleppe ich schon sehr lange mit mir rum. Und das ist wirklich, das nimmt ja auch keiner ernst, wie wir jetzt gerade merken. Also meine Mutter lacht mich dafür auch regelmäßig aus. Diese Unterhaltung führen wir nämlich hin und wieder mal. Ja, aber deswegen gibt es ja Menschen, die da arbeiten. Oder du musst halt mit jemandem mitgehen, der sich auskennt. Und ich kenne niemanden, der hier ins Fitnessstudium geht. Wenn wir zu Besuch sind, das nächste Mal geht Marius mit dir, weil der kennt sich aus und der zeigt dann alle Geräte. Der kann das alles. Auch gute Übungen, die ich machen kann, wo ich mich sicher fühle, wenn ich alleine bin. Ja, also Rückenübungen auf jeden Fall. Ja, das ist immer gut. Ja, nee, Beinübungen eher nicht. Also Arm trainieren. Nee, die brauche ich auch nicht. Rücken ist eigentlich am sinnvollsten. Ja, Rücken finde ich gut und Bauchübungen. Rückenmuskulatur besitze. Am Dienstag bin ich auch Profi. Und dann kann ich dir das auch alles zeigen. Ja, okay. Wenn ihr dann nochmal zu uns kommt, dann können wir das ja wirklich machen. Dann gehen wir einfach zusammen. Und es gibt ja so Gästepässe für einen Tag, kannst du ja auch mit. Dann gehen wir einfach mal alle zusammen. Machen wir so ein Fitnessday. Ja, genau. Da hat Basti bestimmt richtig Bock drauf. Der kommt bestimmt nicht mit. Ja. Aber das wäre das, wo er früher hingegangen ist. Man würde ja mal träumen dürfen. So, jetzt haben wir auch irgendwie fünf Minuten über Sport geredet. Das ist eigentlich auch schon genug für den Tag. Was machen wir denn Schönes heute? Heute spionieren wir. Ja, wir lesen weiter. Es haben sich wieder viele gewünscht. Spion der Nächte. Es haben sich wirklich viele gewünscht. Und ich mir eigentlich insgeheim auch. Was ist denn zuletzt passiert? Ach, ich habe keine Ahnung. Warte, ich kann ja mal einmal hier aufmachen. Spings mal. Spings mal. Vielleicht kriege ich mal. Es ist recht eindeutig, wenn du den letzten Satz schon liest. Ach so. Draco heult. Ja, wir waren bei Draco. Und weißt du noch, warum er heult? Was war denn los bei Draco? Ach so. War es nicht so, dass Draco, Narcissa und Lucius diese Unterredung hatten? Und Lucius, nee, Narcissa und Draco haben Lucius verlassen? Ja. Weil er so ein Arsch ist? Genau, so ähnlich wie Petunia und Harry Vernon verlassen haben. Ja, genau. Das ist klasse. Das ist super klasse gewesen. Das war richtig witzig. Übrigens, weißt du, was ich erfahren habe? Also ich habe es einerseits selber gemerkt, als ich Ginny's letzte Ein-Buch-E-Folge-Folge vorbereitet habe. Aber es hat auch jemand in den Kommentaren geschrieben tatsächlich. Wir dachten in der letzten Folge Spion der Nächte, weil das ist ja das Kapitel Die Hochzeit. Da ging es um Bill und Fleurs Hochzeit. Und dass ich so hellseherisch war, dass Ginny ein goldenes Kleid anhatte und sie das nämlich im siebten Buch auch hat. Aber es gibt tatsächlich im sechsten Band schon ein kleines Foreshadowing, weil Fleur nämlich sagt, wenn wir heiraten und Ginny und Gabrielle werden so toll aussehen in goldenen Kleidern. Und deswegen wusste ich, dass sie ein goldenes Kleid anhaben wird. Ja, okay. Aber es ist ja auch, es ist ja nur ein kleines Detail und es ist doch schön, dass du dich daran erinnert hast, dieses Detail einfließen zu lassen. Intensive Vorbereitung. Ja, es ist jetzt keine abgefahrene Farbe für eine Hochzeit. Es hätte ja auch sein können, dass du tatsächlich selber drauf gekommen bist. Ich wollte es nur nochmal betonen, dass das nicht auf meinem Mist gewachsen ist. Naja. Auch wenn wir erst davon ausgegangen sind. Ja, nicht so schön. Ja gut, Draco jedenfalls ist abgehauen und ich würde sagen, wir starten jetzt mal wieder mit Harry. Sehr gut, und du startest so wie immer. Quack, quack. Yes. Als Harry am Abend in sein Zimmer ging, wartete dort eine ihm unbekannte Eule. Sie klapperte mit ihrem Schnabel und Harry band den Brief ab, der er an das Bein gebunden war. Ja, jetzt kommt der Knüller. Es tut mir leid. Bitte, Potter, du musst mir glauben. Ich werde dir alles erzählen. Wir müssen uns sehen. Es tut mir so leid. Bitte. Ich will dir nichts tun. Es ist keine Falle. Bitte komm morgen gegen Mittag zum Eberkopf. Allein oder nicht, mit wem ist mir egal. Aber du musst kommen. Es tut mir so leid. Draco Malfoy. Ja, das ist der Draco, den alle in Draco sehen, der aber nicht ist. Ja, und das Witzige ist, also wenn ich mal eine Zettel bekomme mit, komm dahin, es ist keine Falle, dann klingt das sehr danach, als ob es eine Falle ist. Ja, richtig. Und dann würde ich nicht dahin gehen. Und es tut mir so leid, es tut mir so leid. Ja, okay. Und was tut dir eigentlich leid? Kannst du es doch ein bisschen genauer sagen? Das ist lustig. Ja, es ist auf jeden Fall lustig, ja. Harry las diese Zeilen oft durch und anstatt Mitleid, wie Malfoy es vielleicht erwartet hatte, spürte Harry Zorn. Nicht, weil Malfoy Dumbledore umbringen sollte, sondern weil er keine Lust hatte, sich diese Klagen eines wertlosen, dummen Jungen anzuhören. Er schnaubte. Wie oft hatte er Es tut mir leid geschrieben? Siehst du, das habe ich auch kritisiert. Harry ist nicht dumm. Harry ist nicht so naiv. Der ist auf unserer Seite. Wenn Malfoy jemals geglaubt hatte, Harry würde zum Eberkopf kommen, hatte er sich geirrt. Doch dann plötzlich stöhnte Harry. Natürlich, der Eberkopf. Wie hatte er es vergessen können? Der Wirt im Eberkopf war Aberforth Dumbledore, Elvis Dumbledores Bruder. Harry wettete seinen Besen darauf, dass Malfoy absichtlich in den Eberkopf gegangen war, um mit ihm zu reden oder ihm sogar den Imperiusfluch aufzuhalsen. Umso länger Harry darüber nachdachte, fiel ihm auf, dass Draco wahrscheinlich doch noch ein Todesser war und Harry nur in einen Pub lockte, um ihn dort zu töten. Wahrscheinlich war Snape dieser Verräter auch bei ihm. Harrys Kopfkino geht aber ganz schön rund. Ja, das stimmt. Vielleicht sollte er vorher mit jemandem darüber sprechen, bevor er solche wilden Vermutungen aufstellt. Vielleicht. Aber Harry dachte auch an McGonagalls Brief. Wollte sie nicht jeden überreden, in den Phönix-Orden zu kommen? Würde er Harry nicht die Chance auf Malfoys Unschuld vertreiben? Würde er nicht kommen? Was ist, wenn Malfoy wirklich gut werden wollte und versuchen wollte, Voldemort zu besiegen? Aber nein, das wäre zu abwegig. Warum hatte Malfoy sonst das ganze letzte Jahr damit angegeben, ein Todesser zu sein? Vielleicht war er zur Vernunft gekommen, weil sein Vater aus Azkaban geflohen war? War es vielleicht doch möglich, dass Malfoy nur als Rache für Lucius Malfoy Todesser geworden war? Vielleicht hatte Malfoy den Entschluss gepackt und wollte eventuell mit seiner Mutter fliehen und versuchen, den Clown des dunklen Lords zu entgehen? Hatte Malfoy, und erst jetzt fiel es Harry wieder ein, nicht seinen Zauberstab gesenkt, als er mit Dumbledore alleine im Turm war? Hatte er eingesehen, dass es sicherer auf der guten Seite war? Wäre es ein Fehler, Malfoy zu helfen? Nein, sicher nicht. Harry... Wieso lach ich so? Weiß ich nicht, es ist gerade voll ernst. Du hast hier alle Fragen, die es eventuell geben könnte, so einfach mal aneinander gereiht, damit alles mal im Kopf war. Ja, Harry ist gerade, sein Kopf explodiert, weißt du, wie viele Fragen er sich da stellt. Ja, auf jeden Fall. Das ist der Wahnsinn, der Arme, also ich will nicht in seine Haut stecken. Nein, sicher nicht. Harry musste es versuchen. Es war auf jeden Fall ein großes Risiko, aber Harry würde um Verstärkung bitten. Sofort setzte er sich hin und schrieb einen Brief. Lieber Remus, wie geht's euch? Auf Fleurs und Bills Hochzeit hatten wir leider keine Zeit, miteinander zu reden. An Minerva? Du wolltest mir sagen, wo das Hauptquartier ist. Warte mal, warum ist Minerva bei Remus? Ich bin so confused. Und wieso duzt Harry Minerva? Ja, aber das hatte er irgendwie vorher schon mal gemacht, weil Minerva ihn plötzlich auch geduzt hatte. Ach so. Ich weiß auch nicht, es ist mal wieder problematisch hier. Fühlt sich falsch an. Harry dachte ganz und gar nicht mehr daran, nach dem, was er alles erlebt hatte, Lupin zu siezen. Ah, guck. Harry beantwortet einfach alle Fragen, die wir uns stellen. Ach, das ist Wahnsinn. Und er wusste, dass Lupin nichts dagegen hatte. Schließlich war er der Sohn und der Patensohn von zwei seiner besten Freunden. Von Lupin. Auch seine alte Lehrerin duzte er. Warum auch nicht? Sie duzte ihn auch, obwohl er volljährig war. Und sie hatte bei dem Brief mit Minerva unterschrieben. Jetzt wissen wir es genau. Ja. Außerdem muss ich dich um einen Gefallen bitten. Draco Malfoy hat mir einen Brief geschrieben. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er sagt, es tut ihm leid und er will sich morgen mit mir treffen. Im Eberkopf, da wo Aberforth Dumbledore arbeitet. Ich weiß nicht, ob das eine Falle ist. Bitte kommt morgen auch dorthin. Vielleicht, wenn er es ernst meint, können wir ihn überreden und ihn und seine Mutter beschützen. Also bitte schreibt mir so schnell wie möglich zurück. Oder komm einfach morgen Mittag in den tropfenden Kessel. Vielleicht könnt ihr auch noch Hermine und Ron verständigen. Neville Longbottom ist ja hier bei mir. Danke im Voraus, in der Hoffnung dich morgen zu sehen. Harry. Das Unlogischste bisher an diesem Buch ist, dass Harry einen Erwachsenen um Hilfe bittet. Ja. Und dass er Draco und seine Mutter beschützen will. Wenn er es ernst meint. Mal sehen. Und er nennt irgendwie alle mit ganzem Namen. Aberforth Dumbledore. Und alle wissen auch, dass er im Eberkopf arbeitet. Neville Longbottom. Ich weiß auch nicht. Es ist schwierig. Naja. Er band den Brief an den Kautz von Malfoy und schickte ihn ins Freie. Haben die nicht einen Uhu? Ja, aber der Kautz, er ist ja nicht von zu Hause. Der Uhu ist bei Lucius. Ah ja. Ist quasi in der Scheidungsmasse jetzt drin geblieben. Hedwig war jagen. Aber selbst wenn, hätte er sie nicht fortgeschickt. Harry wusste nicht warum. Aber immer wenn er Hedwigs leeren Käfig sah, spürte er sein Herz schneller klopfen. Hä? Ich bin gerade so confused. Es gab bestimmt Gerüchte, dass Hedwig sterben könnte. Sonst hätte ich das nicht geschrieben. Er wollte nicht, dass seine Eule draußen herumflog. Da, wo jeder sie sehen und fangen konnte. Doch dieses Gefühl stand er sich nicht ein. Er wollte nicht zugeben, dass er sich mehr Sorgen um seine Eule statt um die Horcruxe machte. Die er eigentlich schon hätte längst suchen sollen. Und plötzlich traf ihn die Wahrheit mit einer solchen Wucht, dass Harry in sich setzen musste. Es ging nicht um Hedwig. Nein. Es ging um jeden, den er mochte. Es waren alle Menschen gestorben, die er gemocht hatte. Denen er vertraut hatte, bei denen er sich geborgen und wohlgefühlt hatte. Das hatte er schnell begriffen, dass Voldemort Wert darauf legte, alle Menschen umzubringen, die Harry etwas bedeuteten. Doch dass Harry um seine Eule Angst hatte, hatte noch einen anderen Grund. Sie hatte ihn begleitet, sein ganzes Zaubererleben lang. Nie hatte sie ihn enttäuscht. Natürlich waren Menschen wie Hermine und Ron auch da gewesen, sogar noch mehr als Hedwig. Doch Harry verband alles mit ihr. Hedwig war seine erste Freundin gewesen. Immer wenn er nach dieser schönen Zeit in Hogwarts zurück zum Ligusterweg kehrte, hatte sie ihn aufgemuntert. Und sie war immer für ihn da gewesen. Eulen waren kluge Geschöpfe, das hatte er mal gelesen. Sie fand ihn immer und Harry wurde klar, dass er sie brauchte. Er nahm sich vor, ein Auge auf Hedwig zu werfen und seine Laune nicht mehr so oft an ihr auszulassen. Auch auf einige nächtliche Runden würde sie nun verzichten müssen. Es war genau wie mit Ginny. Harry liebte Ginny und Hedwig, aber auf beide musste er aufpassen. Ich finde es schön, dass er seine Liebe zu Ginny mit seiner Liebe zu Hedwig vergleicht. Ja, es ist ja auch ungefähr das Gleiche. Hoffentlich nicht. Hedwig war nicht so sehr in Gefahr, weil Voldemort sich nicht um eine einzige Eule scherte, ob sie jetzt so schneeweiß wie Hedwig war oder nicht. Doch Ginny war anders. Schon einmal hatte Voldemort sie benutzt, damit Harry sie rettete. Wenn er weiterhin mit ihr gehen würde, hätte Voldemort sicher keine Mühen gescheut, um es noch einmal zu versuchen. Und Harry musste sich eingestehen, dass er Ginny retten würde, egal ob er mit Ginny zusammen war oder nicht. Doch er blieb dabei. Ginny war zu sehr gefährdet, wenn sie bei ihm war. So sehr ihm das Herz brach, sie traurig zu sehen. Das ist ja witzig, weil den Gedanken hatte ich offenbar schon mit 13 oder 14. Und den Gedanken hatte ich bei der letzten Folge. Hört rein! Finde ich. Ich würde sagen, du trägst das schon sehr lange mit ihr rum. Ja, es sind meine Werte. Also das ist wohl, ja. Aber ich finde es wirklich crazy. Offenbar. Weil Hedwig stirbt ja im siebten Band und da hat Harry ganz ähnliche Gedanken. Spoiler! Ja, ups. Das ist irgendwie verrückt. Naja. Am nächsten Morgen, nachdem Harry mit Neville gefrühstückt hatte, kam die Eule mit Lupins Antwort zurück. Sie sah erschöpft aus und genehmigte sich eine kleine Pause hinter Hedwigs Gitterstäben, bevor sie zurückflog. Harrys Schneeäule war immer noch nicht zurück. Harry, als erstes möchte ich dir danken, dafür, dass du erwachsener wirst. Du nennst mich mit meinem Vornamen, obwohl ich es dir nicht angeboten habe. Schön, lass uns einfach nochmal alle Fakten auf den Tisch legen. Was? Wie? Das ist doch... Ja, also man muss auch mal über Dinge reden. Hä? Das verstehe ich nicht. Was? Warum? Was ist das für ein Grund? Er klärt es doch jetzt. Okay. Mit Absicht nicht. Ich wusste, dass du es irgendwann von alleine tun wirst. Also Lupin hat das quasi mit Absicht gemacht, weil er dachte, das zeigt Harrys Reife, wenn er ihn mit Vornamen nennt. Ich bin nicht mehr der Lehrer für dich, sondern ein Freund, um es genau zu sagen, ein Freund deiner Eltern. Du bist vernünftiger und ich spüre das aus deinem Brief heraus, dass du schon lange nicht mehr ohne vorher nachzudenken handelst. Das ist gut so, Harry. Wir, ich besondere, sind stolz auf dich. Du machst deinen Eltern alle Ehre und ich bin froh, dass du so geworden bist wie sie, denn ich kann nur wiederholen, dass sie die besten Menschen waren, die ich je kennengelernt habe. Doch nun zu deinem Brief. Minerva und ich werden morgen gegen Mittag vor dem Eberkopf auf dich warten. Hermine und Ron wissen Bescheid, doch sie bleiben erst mal zu Hause. Wir werden uns bald alle sehen. Tu nichts, bevor wir gekommen sind. Schöne Grüße, Remus. Ja, schöne Grüße. Ich finde sie auch immer faszinierend, aber das fand ich auch schon immer bei Harry Potter in den echten Büchern immer witzig. Die reden ja nie über Uhrzeiten, ne? Das ist immer nur so, lass uns morgen Mittag treffen. So, ja, für manche Menschen ist mittags zwölf Uhr, für manche Menschen ist mittags vierzehn Uhr, ja? Treffen die sich überhaupt oder ich weiß ja nicht. Aber das ist doch auch in Filmen immer so unrealistisch. Wenn die sich verabreden, dann sagen die immer, dann gehen die dran ans Telefon. Ja, dann bis, nee, die sagen ja nicht mal bis später, sondern ich gehe jetzt Rasen mähen und dann legen die auf. Ja. Ohne sich zu verabschieden. Und so ist es wohl bei Harry Potter auch. Ja. Die sitzen immer am vollgedeckten Frühstückstisch oder vor dem geilsten Essen, nehmen eine Gabe und sagen dann, ach, okay, ich muss los, ciao. Äh, nein, hallo, da steht Essen. Ist das? Ja. Das stimmt. Ach, wie schön. Neville hatte gestaunt, als Harry ihm beim Frühstück von Malfoys Brief erzählt hatte. Neville war überzeugt davon gewesen, dass Malfoy böse war und Harry nur herlocken wollte, damit er ihn umbringen konnte. Das war Harry auch mehrmals durch den Kopf gegangen. Hatte Malfoy einen neuen Auftrag bekommen? Wenn ja, welchen? Etwa Harry zu töten? Aber Harry war sich gar nicht mehr so sicher, ob Malfoy überhaupt noch zu Voldemort hielt. Aber hätte dieser nicht schon längst herausgefunden, wenn Malfoy ihn verlassen hätte? Und Snape? Was war mit ihm? Hatte er sich Malfoy angeschlossen? Waren sie getrennte Wege gegangen? Immer öfter dachte Harry an seine Unterschrift. Ein Freund, ein Freund, ein Freund. Wie ein böser Schatten folgten diese Wörter Harry. Immer wieder ein lästiger, böser Schatten. Es ist wild. Und das ist bestimmt auch der Grund, warum ich diese wichtige Stelle hier grün hinterlegt habe. Weil das hier die wichtigen Fragen sind. Ja, das ist hier a turning point. Das ist der deepest Duff hier. Yes. Warum hat er ihnen geholfen? Warum hatte er so unterschrieben? Warum hatte Malfoy nichts von Snape erwähnt? Hatten sie sich wirklich getrennt? Wer hielt zu Voldemort? Wer nicht? Das sind ja auch die Fragen, die sich das Ministerium schon seit Jahren stellt. Ja. War Snape wirklich ein Doppelspion? Konnte er beide, Dumbledore und Voldemort, von seiner Unschuld beweisen? Und wenn ja, warum merkte keiner etwas? Snape war nie sonderlich beliebt gewesen. Warum hatte kein anderer Lehrer gemerkt, dass etwas mit ihm nicht stimmte? Warum hatte Voldemort am Friedhof nie etwas von Snape erwähnt? Hatte er gedacht, Snape wäre ein Todesser, der sich hinter Dumbledores Schutz versteckte? Hatte er Snape alles geglaubt? Oder hatte er doch ein gewisses Misstrauen gegenüber Snape gehegt? Warum hatte Snape Dumbledore so einfach töten können, nachdem er ihm so viel geholfen hatte? Warum hatte Dumbledore ihm vertraut? Nur weil er eine Lüge über seine Reue erzählt hatte? Nein, Dumbledore brauchte handfeste Beweise. Oder nicht? Hatte er nicht immer zu Hagrid gehalten? Harry wusste, dass Hagrid ein guter Mensch war, aber er hatte genügend Monster, um sich unbeliebt zu machen. Also warum hatte Dumbledore jedem eine zweite Chance geschenkt? Warum hatte Dumbledore so viel in Bezug mit Snape falsch gemacht? Hieß es nicht, dass Voldemort nie verzeiht? Hatte Dumbledore nicht gesagt, Snape hätte noch vor seinem Sturz die Seiten gewechselt? Wie hatte Snape seine Unschuld gegenüber Voldemort bewiesen? Warum hatte Voldemort Snape nie töten lassen, wo er doch nach Karkaroff wochenlang hatte suchen lassen? Wollte Voldemort, es findet kein Ende, Leute, es geht jetzt nur drei Kapitel so weiter. Wollte Voldemort sich an diesem treulosen Diener nicht rächen? Das konnte Harry sich nicht vorstellen. Snape musste böse gewesen sein, es gab keine andere Erklärung. Oder doch? Warum hatte Snape die Seiten gewechselt, wenn er doch so treu war? Hatte er... Weiß auf damit, ich krieg die Krise. Warum hatte er Dumbledore geholfen, wenn er Hilfe gebraucht hatte? Warum hatte er sich nicht einfach so zurückgezogen wie beispielsweise Professor Sinistra oder Vector? Warum hatte er sich so gut mit Dumbledore verstanden? Warum hatte Dumbledore es zugelassen, dass Snape sich an sein Vertrauen ranmachte, obwohl Snape Harrys Eltern verraten hatte? Also ich glaube, das waren alles Fragen, die ich mir selber gestellt habe, die ich wahrscheinlich noch vorhatte, in diesem Buch zu beantworten. Ja, oder du wolltest es einfach mit einbinden, damit du immer auf irgendwas dich beziehen kannst. Ja, es sind ja auch wichtige Fragen. Dass Harry schon mal diesen Gedanken hatte. Ich meine, mir war ja irgendwie schon bewusst, dass Snape nicht böse ist. Aber der Grund, warum Dumbledore Snape vertraut, das wusste ich natürlich nicht. Ja. Ein Dilemma. Aber deshalb hast du ja dieses Buch geschrieben. Ich bin gespannt, ob es darauf Antworten gibt. Ja. Es gab so viele Fragen, dass Harry umso mehr darüber nachdachte, Kopfschmerzen bekam. Es war ein riesiges Netz aus Antworten. Das ist ja eine geile Formulierung, ey. Es war ein riesiges Netz aus antwortsuchenden Fragen. Welche Frage sucht denn bitte keine Antwort? Das ist mir sehr unangenehm. Du wolltest einfach fragen, das ist besonders schwierig. Das ist mir sehr unangenehm, diese Formulierung. Ungelösten Problemen und geheimnisvollen Schwierigkeiten. Ich kann nicht mehr lesen, ich habe Tränen in den Augen. Oh, ich will das alles gar nicht lesen. Und Harry wusste keine Antworten, so sehr auch nachdachte. Wie angekündigt, warteten Minerva und Remus vor dem Überkopf. Sie standen ein paar Schritte entfernt und waren in Mäntel gehüllt, sodass ihre Gesichter verdeckt waren. Harry musste ein paar Minuten lang überlegen, ob sie es nun waren oder nicht. Es sind ein paar Minuten, sind wirklich sehr lang. Vielleicht meinte ich eher so ein paar Sekunden. Ja, natürlich. Ja, genau. Wenn du dir schon überlegst. 21, 22, 23. Das waren schon drei Sekunden. Drei Sekunden sind schon wirklich enorm lang. Wenn man überlegen muss, sind sie es oder sind sie es nicht? Begrüße ich die jetzt oder ignoriere ich die? Das ist so lustig. Und da steht dann da so ein paar Minuten. Aber dieses mit dem Zeitgefühl hatten wir doch auch schon, weil ich muss heulen. Oh mein Gott, mir laufen Tränen runter. Ich muss kurz um mich eine Pause. Bei der Hochzeit, oder? Ja, genau. Ich bin ganz froh, dass ich gerade nicht geschminkt bin, weil dann kann ich mir die Augen, dann hätte ich mir sonst gar nicht so schön reinmachen. Oh, dieses Bild, wie Harry da steht und einfach im Mut. Und dann so starrt, weißt du. Sind sie es? Ja doch, sind sie, oder? Nee, doch nicht. Ist Remus nicht größer? Hä? Ja. Aber sie haben Mäntel an. Ich sehe ihre Gesichter nicht. Doch dann winkte sie und zu dritt betraten sie mit erhobenem Zauberstab den Papp. Ein alter Mann stand am Tresen und blickte verdutzt rein, als er seine Besucher sah. Wahrscheinlich hatte er niemand mehr erwartet, der Lust hatte, in einer Spelunke, in der es Bettwanzen gab, ein Zimmer zu mieten. Vor allem in dieser schweren Zeit. In dieser schweren Zeit sind Bettwanzen natürlich auch wirklich ein Problem. Also in dieser Spelunke, da würde ich jetzt auch noch nicht, also nee. Und wenn er doch weiß, dass es da Bettwanzen gibt, dann könnte man ja auch was dagegen tun. Ja, aber er kann ja auch nicht erkennen, wer es ist wegen den Mänteln, die in den Gesichtern sind. Weil eigentlich kennen die sich ja. Ja. Ah. Guten Tag, Aberforth, fing McGonagall an, als sie ihren und Lupins Mantel an die Garderobe gehangen hatte. Sie erkennen mich bestimmt. Ich bin Minerva McGonagall und ich bin Mitglied im Orden des Phönix. Sie sind Albers Bruder, habe ich recht? Ja, du bist gerade schon wieder confused, weil du aus dem siebten Buch weißt, dass Aberforth auf der Seite des Orden kämpft. Aber dass im sechsten Band wussten wir nur, dass Aberforth ein Ziegenproblem hat und nicht lesen kann, wissen wir nicht über ihn. Okay. Also, es bleibt spannend. Er nickte. Harry erinnerte sich daran, dass Dumbledore einmal erwähnt hatte, dass sein Bruder nicht lesen konnte. War Aberforth vielleicht ein wenig verrückt? Hm. War, weil man nicht lesen kann, ist man direkt verrückt. Nein, aber das hat Dumbledore auch gesagt, dass er verrückt ist. Gut. Ist ein Junge hier? Er hat blonde, glatte Haare, ist ein wenig größer als er, sie deutete auf Harry, und der Wirt musterte seine Narbe. Ist er hier? Mit wem? Ja. Sagte Aberforth. Er hatte eine raue Stimme, so als hätte er sie länger nicht benutzt. Er ist mit seiner Mutter vor ein paar Tagen eingereist. War ein netter Kerl, wenn man bedenkt, dass er meinen Bruder umbringen wollte. Remus, Minerva und Harry tauschten vielsagende Blicke. Was hat er gemacht? fragte Remus. Er hat sich höflich bei mir entschuldigt und mir von ihm erzählt, antwortete Aberforth, während Remus ihn genau musterte. Er steht nicht unterm Imperius-Fluch, sagt er schließlich leise zu Harry und Minerva. Wer ist ihm? fragte Harry, obwohl er die Antwort schon zu wissen schien. Er, dessen Name nicht genannt werden darf. Er sagte, dass er Todesser gewesen sei. Bis ihm klar geworden ist. Eine Stimme unterbrach ihn. Dass es mir auf der guten Seite besser gehen könnte. Minerva, Remus und Harry drehten sich um. Sie zielten mit ihren Zauberstäben auf Draco Malfoys Brust. Malfoy war blass. Er hatte Augenringe und er hatte kein hämisches Grinsen auf den Lippen. Seine Augen wirkten traurig und überhaupt nicht feixend oder angeberisch. Auch wenn Harry sich das bei Malfoy nicht vorstellen konnte. Oder wollte. Alles in allem war Malfoy fertig. Harry hatte Malfoy noch nie hässlich gefunden. Hätte er einen anderen Charakter, wäre er vielleicht sogar bei vielen Häusern beliebt gewesen. Doch nun sah Malfoy schrecklich aus. Nicht hübsch, sondern so, als hätte er lange nicht mehr geschlafen. Einmal guckt Harry richtig hin, oder? Ja, so oberflächlich plötzlich. Ja, mir ist klar geworden, dass ich falsch lag. Mein Vater ist ein Idiot. Und ich war es auch, fügte er leise hinzu. Ich warne dich, Malfoy, wenn das eine Falle ist, knurrte Harry, der ihm nicht ganz glauben wollte. Nein, ist es nicht, murmelte Malfoy und setzte sich hin. Minerva, Remus und Harry taten es ihm gleich, behielten ihre Zauberstäbe aber in der Hand. Und Draco erzählte. Er erklärte alles, warum er ein Todesser geworden war, bis zu dem Punkt, warum er zurückkommen wollte. Dumbledore hat mir seinen Schutz geboten, sagte er. Und ich brauche den. Bitte helft mir und meiner Mutter. Ruf deine Mutter bitte, Malfoy, meinte Minerva. Sie blickte verstört und tauschte einige Blicke mit Remus. Draco stand auf und schritt zur Treppe. Glaubt ihr ihm? Flüsterte Harry, sobald Malfoy außer Hörweite war. Ich denke, wir können ihm glauben. Aber fürs Vertrauen ist es erstmal zu früh, denke ich. Bisperte Remus. Aberforth hatte die ganze Zeit gelauscht. Er blickte traurig. Vermisste er seinen Bruder? Wie gut hat er ihn gekannt? Malfoy kam mit seiner Mutter zurück. Sie hatte früher gut ausgesehen, hätte sie nicht immer in so böse geguckt. Doch jetzt war kein böses Zucken in ihrem Gesicht. Sie war auch blass, traurig und kaputt. Hallo, krächzte sie. Guten Tag, Mrs. Malfoy, sagte Remus, stand auf und schüttelte ihr die Hand. Minerva hielt es für unnötig auf zu stehen und blieb sitzen. Harry auch. Er nickte der Frau nur kurz zu. Die beiden setzten sich wieder. Es tut mir leid, sagte Mrs. Malfoy mit matter Stimme. Es tut mir alles so leid. Und sie fing an zu weinen. Nicht, Mutter, beruhigte Malfoy sie. Jetzt wird alles gut. Nicht weinen, Mutter. Wir werden versuchen, sie unbemerkt unterzubringen, sagte Minerva schließlich. Auch wenn ich ihnen sagen kann, dass ich äußerst misstrauisch bin. Die Malfoys nickten. Harry konnte einen kleinen Hoffnungsschimmer hinter Malfoys blassen Augen erkennen. Er fing Harrys Blick auf, der rasch weg sah. Ich werde sie beide schon einmal mitnehmen, sagte Minerva und deutete auf die Malfoys. Dir sage ich auch gleich Bescheid, murmelte sie Harry zu, damit nur er sie verstand. Wir holen eben unsere Sachen. Komm, Mutter, sagte Malfoy und winkte seiner Mutter, die ihm nach oben folgte. Der Phönix-Orden ist bei mir. Wir werden dich bald abholen, damit du ihn ansehen kannst. Das Hauptquartier ist zwar nicht das Beste, aber es ist was, flüsterte Minerva, damit der neugierige Aberforth nichts mitbekam. Harry nickte. Das Hauptquartier war bei McGonagall zu Hause. Remus umarmte Harry, wünschte ihm eine gute Rückreise und die vier verschwanden aus dem Pub. Harry Potter? Gerade als Harry auch rausgehen wollte, sprach Aberforth ihn an. Harry drehte sich um. Ja? Ja? Fragte er fast schon herausfordernd. War mein Bruder ein guter Schulleiter? Harry hatte so etwas erwartet. Ja? Hat er? Keine Ahnung. Ja, murmelte er. Er war der Beste. Und was ist passiert, bevor er umgebracht wurde? Fragte Aberforth weiter. Er war mit mir unterwegs, sagte Harry schlicht. Genauer wollte er nicht werden. Er war klug, stimmt's? Harry nickte. Er war der perfekte Sohn früher. Und ich war der lausige, der dumme, der aus dem nie etwas werden sollte. Doch Albus war immer nett zu mir. Er war ein guter Bruder. Harry konnte sich die beiden Dumbledores nicht als kleine Jungen vorstellen. Wie alt war Dumbledore? Fragte er. 151, antwortete Aberforth voller Stolz. Harry wusste nicht warum, aber er wunderte sich nicht über das hohe Alter seines Schulleiters. Hätte er sich nicht so etwas denken können? Und sie? Wie alt sind sie? Also wirklich, so etwas einen alten Mann zu fragen? Ein Lächeln umspielte seine Lippen. Ich bin bloß 140. 141, Albus war mein großer Bruder. Also irgendwie ist der ja süß, ne? Also anders als Aberforth, den wir kennen, aber er ist irgendwie schon auch so ein bisschen süß. Warum sind sie und ihr Bruder so alt? Fragte Harry weiter. Eigentlich interessiert es ihn nicht. Doch es tat gut, mit jemandem zu reden, der Dumbledore besser als alle anderen kannte. Das liegt in der Familie. Wir sind entfernte Verwandte von Merlin, dem Zauberer. Antwortete Aberforth. Harry hatte viel über Merlin gelesen. Er war ein Zauberer im Mittelalter gewesen und hatte auch sehr lange gelebt. Du, wir kriegen nie immer alles mit, weil Harry achtet im Unterricht nicht so sehr darauf, sich zu merken und so. Dann tun wir Harry ungut, wenn wir davon ausgehen, dass er gar nicht liest. Genau. Danke, flüsterte Aberforth plötzlich. Danke, dass du mit mir redest. Über meinen Bruder. Er schluckte. Keiner kommt mehr in mein Lokal. Noch weniger Leute als früher. Nur weil sie mir die Schuld geben, dass Albus tot ist. Was? Warum geben die Leute Ihnen die Schuld? Fragte Harry überrascht. Sie sagen, ich hätte sterben sollen, schluchzte der alte Mann. Harry spürte Zorn. Warum taten manche Menschen so etwas? I have questions. Einfach überhören, murmelte er. Nicht drauf hören. Die Leute wissen nicht, was sie sagen. Sie geben jedem die Schuld. Und sie sind der Letzte, den sie beschuldigen sollten. Aberforth nickte. Auf Wiedersehen, sagte Harry. Er nahm sich vor, das nächste Mal im Eberkopf zu übernachten. Bettwanzen hin oder her. Er ist so edel. Das ist wirklich lustig. Der September ging. An Hermines Geburtstag waren alle zusammen im Honigtopf essen gegangen. Kann man im Honigtopf essen gehen? Essen? Nee, ich glaube nicht. Aber Süßigkeiten. Ich glaube, ich meinte Eberkopf, oder? Da steht eindeutig Honigtopf. Vielleicht dachtest du, dass man da auch essen kann. Nein, ich glaube, weil er doch gerade gesagt hat, er wollte im Eberkopf das nächste Mal auch übernachten, hat er jetzt wahrscheinlich Hermine überredet, dass sie auch im Eberkopf essen können. Also ich sehe hier Honigtopf. Ich würde jetzt auch dabei bleiben, weil ich einfach denke, dass du vielleicht dachtest, dass man da auch gut essen kann. Also wenn Harry Potter sagt, ich will da jetzt essen gehen, dann kann man da auch essen gehen. Dann wird da gegessen. Und schließlich verkündete Neville, er habe vor, wieder zu seiner Großmutter zu gehen, da sie ihn brauchen würde. Er verriet Harry, dass bald die Verbrennung seiner Eltern stattfand. So verabschiedeten sie sich und Harry sah seinem Freund nach, bis er um eine Hausecke verschwunden war. Als er vor seiner Zimmertür stand und sie gerade aufschließen wollte, hörte er von drinnen Stimmen. Er zitterte, entweder war darin ein unerwünschter Besucher oder nur Kim oder eine andere Putzhexe. So viele Optionen. Es gibt viele Möglichkeiten. Vielleicht ist es auch Tom der Wirt. Vielleicht. Vorsichtig schloss er auf. Drinnen lächelt ihm Tongs und Remus zu. Wie nett, dass sie in seinem Zimmer warten, anstatt unten, wo man sich normalerweise begrüßen würde. Ja, oder? Aber gut, vielleicht geht man da einfach hoch. Ja, Tom juckt's nicht, wenn er ein- und ausgeht. Hey Harry, wir haben gewartet, bis Neville weg ist. Er darf nicht wissen, wo unser Quartier ist, sagte Tongs und lächelte. Hey, wieso darf Neville das nicht wissen, aber Draco? Ja, keine Ahnung. Mir scheint, ich wollte Neville einfach nur wieder loswerden. Ja, oder du wolltest ein Happy End für Draco. Ja, aber das hätte ich Neville ja auch gönnen können. Ich hätte Neville ja auch einfach mitnehmen können ins Hauptquartier. Vielleicht hattest du mit 13 eine Abneigung gegen Neville, aus welchen Gründen auch immer? Ganz sicher nicht. Neville war mein Lovely. Der kommt bestimmt noch wieder. Hoffentlich. Pack deine Sachen, wir gehen sofort los, meinte Lupin. Harry packte seinen Schrankkoffer und nahm Hedwigs Käfig. Ich gehe vor und warte dort auf euch, botet Tongs. Dann Remus nickte. Ich denke, du musst noch bezahlen, fragte er. Harry nickte. Sie schlenderten nach unten und Harry dankte Tom für die Wochen, die er hier verbringen durfte. Er bezahlte und Remus und er apparierten. Remus führte. Warum? Das ist jetzt so eine wichtige Invo-Version. Harry kann noch nicht so gut alleine apparieren, scheinbar. Ne. Sie landeten in einem Stadtteil, den Harry nicht kannte. Er wusste noch nicht einmal, ob er in England war. Doch er fühlte sich direkt wohl. Die kleinen Häuser waren nicht alle gleich, sondern jedes hatte eine andere Farbe, andere Dächer, andere Formen. So weit seine Augen reichten. Mini wohnt doch bestimmt in Schottland. Das wohnt auf jeden Fall nicht nach England. Das wäre ja nicht England, sondern Schottland. Ja gut, aber da sind die Häuser doch wahrscheinlich auch alle rot. Ja, aber das ist doch ein Zauberer-Dorf. Ach so. Lupin grinste. Schön hier, nicht? Harry nickte. Er folgte Remus durch die kleinen Gassen. Eine Katze miaute und ein Hund antwortete mit wütendem Gebell. Sonst war es still. Remus hielt vor einem strandgelben Haus. Plötzlich erinnerte er sich, dass der Phoenix-Orden bei Minerva zu Hause war. Dieses Haus passte überhaupt nicht zu seiner strengen Lehrerin, die er kennengelernt hatte. Ja, das stimmt. Remus klingelte. Tonks öffnete nach einer Weile die Tür. Ach, da seid ihr ja endlich, sagte sie und deutete mit einladender Geste in das Haus. Harry betrat als erster das Haus. Drinnen war es hell erleuchtet. Die Möbel waren alt und in dunklem Holz. Es wirkte nicht ungemütlich, aber auch nicht freundlich. Von innen sah es wirklich so aus, wie das Haus von Minerva McGonagall aussehen sollte. Und schon trat sie in den Flur. Sie begrüßte all ihre Gäste und bat sie ins Wohnzimmer zu gehen. Harry, Tonks und Remus setzten sich auf ein gemütliches, dunkelblaues Sofa. Ja, ich würde sagen, wir könnten mal wieder einen kleinen Cut machen. Pausieren. Und dann bleibt es spannend, wie es jetzt hier im Phönix-Orden in der nächsten Spion-Folge weitergeht. Ja, schöne Sache, Harry. Schöne Sache. Wirklich eine schöne Sache, Harry. Ja, prima. Wir können ja diese Gelegenheit nutzen. Du hattest ja, oder wir mussten ja ein bisschen notgedrungen, neulich eine Ersatzfolge hochladen, weil wir es einfach nicht geschafft haben aufzunehmen. Es kam irgendwie so alles dazwischen, was in einem Leben dazwischen kommen kann. Und Amber hatte aber mal irgendwann im Sommer eine Folge alleine aufgenommen, wo sie eben diese Fanpost öffnet. Und die haben wir einfach hochgeladen. Sehr spontan und mangels Zeitgründen. Und wir haben uns aber sehr gefreut, dass die so gut ankam. Also ihr wart alle sehr verständnisvoll und hat uns sehr gefreut, dass ihr diese Folge auch so gut akzeptiert habt. Total. Wahrscheinlich werden wir es nicht häufiger machen, aber so als Ausweichmöglichkeit ist es natürlich cool, wenn wir da jetzt nicht irgendwie enttäuscht haben, sondern dass das wohl doch auch unterhaltsam genug war. Genau, weil wir hatten einfach nur das Gefühl, ja okay, besser als nichts hochzuladen. Dann haben wir wenigstens da irgendwie eine halbe Stunde oder so. Genau. Vielen Dank für euer Verständnis auf jeden Fall. Ihr seid einfach die Besten. Yes, always. Wie Snape sagen würde. Ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich gar nicht weiß, wie ich mich entscheiden soll, welche Fanpost wir vorlesen sollen. Deshalb schlage ich jetzt einfach vor, ich mache die Augen zu und fahre so da drüber und dann ziehe ich quasi eins. Und ich mische so nebenbei, damit ich mich... Guck mal, hier vorne ist ein Schokofrosch drauf. Ach, der ist ja süß. So, als wäre der da gerade drauf gesprungen. Höchst akkurat gemalt. Mit einer Narbe sogar. Hier ist Lunas Brille. Einmal steht auf der einen Seite Antonia und auf der anderen Seite Anna. Ja, das sieht richtig cool aus. Ja. Kann ich so eine Brille in echt haben? So, hier ist nochmal Schokofrosch gemalt. Hä, die kann ja voll gut zeichnen. Schokofrosche. Ach so, Foto. Ja gut, das ist jetzt natürlich kein Foto, weil man uns ja nicht als Foto kennt. Auf der Rückseite stehen ja immer kurze Informationen über die Zauberer, die da auf dem Foto abgebildet sind. Also auf dem Bild. Und da steht, Amber und Antonia sind bekannt durch ihren wundervollen Podcast Schokofrosche. PS, oben könnt ihr ein Foto reinkleben. Mega süß. Ah ja, und hier. Liebe Amber, liebe Antonia, euer Podcast ist der Beste. Ich höre ihn jeden Tag. Froschige Charaktere. Ich bin nett zu denen, die es auch zu mir sind. Und ich bin witzig. Ich mache Leichtathletik und kann gut singen und malen. Außerdem habe ich haselnussbraune Haare und viele Sommersprossen. Ich bin in Gryffindor und meine Lieblingscharaktere sind Luna und Genie. Ich hoffe, ihr findet einen guten Charakter. Weißt du, wer gut zeichnen und malen kann? Dean. Und auch ein Gryffindor ist. Genau, Dean. Und der hat auch braune Haare. Ich finde das sehr passend. Dann lass uns einfach Dean nehmen. Ich glaube, haben wir den schon mal vergeben? Nee, ich glaube nicht. Jetzt noch eine Frage für die Eulenpost. Wie verwandelt man sich in einen Animagus? Muss man sich verzaubern oder an sein Tier denken? Ich freue mich auf eure Antwort. Macht weiter so eure Isi. Ja, okay. Aber das mit dem Animagus, das haben wir schon mal in wessen Folge? Wahrscheinlich in James-Folge oder so. Da haben wir es, glaube ich, auch noch mal ausführlicher besprochen gehabt, dass das ja ein langwieriger Prozess ist mit Zaubertränken und dass man sich sein Animagus-Tier auch nicht ausdenken kann. Ach so, ich habe das jetzt so verstanden, dass, was du in, also nicht, wie du es lernst, ein Animagus zu sein, sondern wie man das in dem Alltag quasi nutzt. Ach so. Ist das nicht mit dem Zauberstab? Ja, da war nämlich auch die Frage schon mal. Tippt man sich nicht an oder so? Nee, ich glaube nämlich nicht. Man denkt einfach dran. Ich glaube, das ist einfach so. Gefühl. Wie beim Apparieren auch, genau. Du konzentrierst dich, du fokussierst dich darauf und dann kannst du dich eben verwandeln. Wahrscheinlich ist es aber ja auch so, also das ist ja noch ein bisschen, das ist ja viel persönlicher so ein Animagus als dann Apparieren und ich könnte mir vorstellen, dass du einfach so mit dieser Version mit dir, das bist ja du und du bist eins damit. Ich könnte mir vorstellen, dass du es vielleicht auch einfach so abrufen kannst. Es gibt bestimmt auch Leute, die nicht ganz so talentiert sind. Es gibt bestimmt Animagi, die können das besser und können das schlechter, könnte ich mir vorstellen, mit dem Zurückverwandeln und in welchen Situationen und es kommt bestimmt auch so ein bisschen darauf an, wie du emotional gerade, welche Lage du hast, könnte ich mir vorstellen, je nachdem, wie stabil du auch bist. Aber wenn du es richtig gut kannst, so wie Sirius, der ja in der Ausnahmesituation in Asgaban auch kein Problem damit hatte, sich zu verwandeln, das ist natürlich, wahrscheinlich kannst du das dann immer. Ja, wahrscheinlich, je besser du darin bist, es gibt wahrscheinlich auch Unterschiede, aber du brauchst auf jeden Fall keinen Zauberstab dafür. Ja, das ist ja auch immer ein bisschen doof, wenn du dich verwandelst und dann nicht weißt, wohin mit deinen Sachen. Ja, genau. Also ich glaube, es hat viel so mit Fokussierung zu tun und mit Konzentration und du nimmst es dir wahrscheinlich wie so Manifestation. Du nimmst dir vor, jetzt gleich dein Tier zu werden und dann verwandelst du dich. Ich habe noch einen, also ich habe noch mehrere, aber wir machen da noch einen. Yes. Okay, 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 okay. Oh, hier ist so eine coole Klammer, die werde ich auf jeden Fall verwenden. In der Küche, ich glaube, es ist so eine Büroklammer. Ja, die finde ich auch cool, ja. Aber ich benutze die immer zum Sachen zumachen in der Küche. So, es sind hier mehrere, es ist vierteilig, fünfteilig. Oh, ist ja wie ein Adventskalender. Ja, so gut wie. Liebe Schokofrösche, ich liebe euren Podcast, er ist so cool und so informativ. Ich habe schon alle Folgen gehört und besonders mag ich Schokotratsch und Spion der Nächte. Das ist ja gut, dass du in der Folge gerade bist. Ich habe jetzt auch eine Zaubererschule erfunden und ich schicke sie euch jetzt, weil ich es irgendwie verpasst habe, sie in die Kommis zu schreiben. Ich habe euch schon mal geschrieben, also brauche ich keine Sticker. Ah, dann sind die also angekommen, das finde ich ja gut. Weil wir kriegen selten Rückmeldungen, ob die ankommen oder nicht, ne? Das ist wie eine Brieffreundschaft quasi gerade hier. Ja, genau, ja, richtig. Aber zuerst startet das Ganze mit einem Kiss Mary Crucio, Bellatrix, Umbridge, Peter Pettigrew und sowas ekelhaftes hatten wir, glaube ich, schon mal. Bellatrix, Umbridge, Peter Pettigrew. Ich töte Bellatrix. Nee, es heißt Kiss Mary Crucio, nicht, ich töte. Ach, Crucio. Ich muss küssen, heiraten oder Crucio. Scheiße, ich dachte, ich würde Crucio und töten. Nee. Okay, ich Crucio, Bellatrix. Scheiße. Ja, jetzt habe ich ein Problem, weil ich will Peter weder küssen noch. Nee, ich Crucio, Peter, ich küsse, okay, jetzt habe ich das gleiche Problem auf der anderen Seite. Ja, es ist... Ich küsse Bellatrix und heirate Umbridge und wir leben in getrennten Häusern. Ja, also ich werde mich für Crucio, auch für Peter entscheiden. Dann bin ich... Es ist wirklich Not gegen Elend. Was hast du mit Bellatrix gemacht? Du hast nur geküsst, weil ich kann die nicht heiraten. Ich finde die so schrecklich von ihrem Charakter her. Dann mache ich es andersrum. Dann heirate ich Bellatrix und ich sperre sie in den Keller. Ja, auch gute Idee. Und Umbridge bin ich ja dann auch schnell wieder los. Ja, das ist ja nur ein kurzer Bussi. Eine Frage noch, welches Element steht da, glaube ich, bin mir nicht hundertprozentig sicher, seid ihr? Also welches Haus von meiner Schule würdet ihr reinpassen? Okay, da schauen wir dann am Ende. Liebe Grüße, Anni. Dann schauen wir mal. Also es heißt Elementa, glaube ich, heißt die Schule. Ja, ich glaube schon. Es ist auf jeden Fall sehr ausführlich. So, Elementa. Elementa hat vier Häuser, Feuer, Wasser, Erde, Luft. Dort werden die Schüler so zugeteilt. Feuer, leidenschaftlich, willensstark, stur. Wasser, Sensibilität, einfühlsam, fair. Erde, loyal, bodenständig, gesellig. Luft, kreativ, vielseitig, ruhig. Die Schule ist deutsch und alle, die diese Sprache beherrschen, können auf diese Schule gehen. Sie liegt im Schwarzwald und ist ein weißes Schloss mit vielen Türmchen und die Dächer und das Tor sind gold. Klingt sehr schön. Sie hat die Fächer wie in Hogwarts, aber es gibt noch Fächer wie Deutsch, Mathe, Englisch, Sport und andere Fremdsprachen, kann man ab dem zweiten Schuljahr wählen. Finde ich gut. Die Lehrer haben alle eine Ausbildung und es gibt einen Lehrplan, an den sich jeder zu halten hat. Da schließt du mit Ausrufezeichen. Wichtige Regeln. In dem fünften Schuljahr macht man einen Austausch zu einer Zaubererschule seiner Wahl. Na, das ist natürlich mega gut. Finde ich richtig gut. Da können wir alle nach Hogwarts gehen. Am Nachmittag gibt es verschiedene AGs wie Fliegen, Kochen, Backen, Handarbeit, Tanzen etc. Es gibt für jedes Haus einen Turm, aber man kann in die Türme der anderen Häuser gehen und sich dort mit den anderen treffen. Und die Schuluniform ist weiß-blau und die Wappen der Häuser sind draufgestickt. Aber Elementis hat Elementa gegründet. Aber Elementis bedeutet so viel wie kräftige, starke Klang der Elemente. Aber wäre ihrer Meinung nach im Haus Erde. Elementa wurde 1941 gegründet. Krass, wie viel Mühe du dir gegeben hast. Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also hier ist dann das Wappen. Ah ja. Okay. Ja, cool. Feuer, Wasser, Erde und Luft. In welchem Haus wärst du denn? Oh, ich glaube, ich habe mich bei Luft gesehen wegen kreativ. Ich auch. Ja, kreativ und ruhig. Also gesellig bin ich nicht. Also ich bin mit Menschen, die ich mag, gesellig. Genau, aber du weißt ja nicht, ob das nur Leute sind, die du magst in dem Haus. Wasser, Sensibilität, einfühlsam und fair. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin nicht immer super sensibel. Leidenschaftlich, willensstark und stur. Ich weiß nicht, so krass willensstark bin ich jetzt auch nicht. Ja, ich bin schon stur, aber das ist jetzt auch nicht meine Hauptcharaktereigenschaft. Und loyal bin ich, glaube ich, schon und bodenständig eigentlich auch und gesellig, ich weiß nicht, aber kreativ ist schon, also ich denke, da bin ich schon vielseitig und ruhig. Ja, wenn dann eins der letzten beiden. Also ich nehme einfach Luft. Ich finde es schön, wenn wir im gleichen Haus sind. Genau. Wir sind ja in Hogwarts schon nicht im gleichen Haus, dann können wir wenigstens in Elementa. So, jetzt gibt es hier noch Lehrer. Oh, das sind Fehlerlehrer. Hauslehrer. Feuer. Das ist die Frau Klar und ihre Fächer sind Deutsch, Zaubertränke und Verwandlung. Der Hauslehrer für Wasser ist der Herr Massner. Der hat die Fächer Mathe, Sport und Zauberkunst. Sind das Ihre Lehrer? Frag für Freund. Er ist von Frau Fritz, die Fächer sind Kräuterkunde, Pflege, Magischer Geschöpfe und Englisch. Und Luft ist der Herr Haskern und der lehrt Astronomie, Geschichte, der Zauberei und Französisch. Direktorin ist Lea Elementis und das ist die Tochter von Ava Elementis, das ist ja die Gründerin. Und die lehrt das Fach Elemente Magie. Oh, das ist natürlich, das gibt es in Hogwarts nicht. Das ist cool. Das hat der Dumbledore nie weitergegeben, seine Elemente Magie. Nein, das stimmt. Weitere Lehrer für Mögelkunde ist die Frau Mack, Herr Löffel macht Arrhythmantik, Herr Wins Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß nicht, ob ich es lichtig sehe, aber ich glaube, hier steht Kenara Eremon als die Bibliothekarin, Frau Agathis Wahrsagen, Emanuel Franz, Hausmeister, Frau Meskan, Schulheilerin, Herr Lisbin, es macht Italienisch. Lisbin hört sich eher an, als wäre er Portugies. Frau Marrakesch unterrichtet Spanisch, Herr Mackle macht Chinesisch und Herr Rissnu Schwedisch. Wie krass, wie eine Sprache. Die Lehrer unterrichten drei Fässer, alle anderen eins. Cool. Und jetzt kommt noch der letzte Brief. Ach, das ist cute. Das ist eine Einladung zur Elementa Schule. Ach, cool. Hier steht, ich lese das jetzt mal vor, als wärst du gemeint. Liebe Antonia, wir freuen uns sehr, Ihnen mitzuteilen, dass Sie an Elementa der Schule für Magie, Zauberei und Elemente angenommen wurden. Anbei finden Sie eine Liste für die Bücher und Schulmaterialien, die Sie benötigen. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Wir erwarten Ihre Rückmeldung spätestens am 1. August. Mit freundlichen Grüßen, Lea Elementis, Schulleiterin. Liebs. Voll kreativ. Richtig cool. Bist du jetzt nicht nach Hogwarts gekommen, sondern nach Elementa. Ja, ist auch okay. Vielen, vielen Dank für die coolen Briefe von euch. Ja, das hat Spaß gemacht. Ja. Für die nächste Eilenpost habe ich auch noch Munition übrig, sozusagen. Sehr gut. Ja, vielleicht können wir ja sonst nochmal was bei Insta auch öffnen. Falls ihr uns da noch nicht folgt, schaut auf jeden Fall mal vorbei. Amba lädt gelegentlich sehr schöne Fotos und Reels hoch. Und wir heißen bei Insta? Schokofresche Podcast. Schokofresche unterstrich Podcast. Ja. Folgt uns. Ja. Dann war es das auch, glaube ich, schon. Ja. Ich habe dieses Jahr übrigens keinen Adventskalender gefunden, der mir gefallen hat zum Aufmachen. Mhm. Weil die, die ich gefunden habe, da habe ich halt schon aus den letzten Jahren, da ist ja im Prinzip immer noch das Gleiche drin, aber halt mit einem anderen Motiv. Ja, vielleicht hat ja jemand noch eine Empfehlung für dich. Ja, dann gerne für kurzentschlossene, spät dran Leute, sagt Bescheid. Ja, weil den Funko-Pop-Adventskalender wollte ich irgendwie auch nicht. Ich habe jetzt so viel Funko von den ganzen Kinderjoys. Also ich, das ist dieses Jahr einfach nicht so gut gelaufen. Ich hatte schon gedacht, Socken, aber jeden Tag so meine Füße abzufotografieren mit einem anderen Socken, da muss ich mich ja voll, ach, weiß ich nicht. Bisschen Fußfetischist. Ja, vielleicht habe ich für nächstes Jahr ja eine bessere Idee. Ja. Wollte ich nur sagen. Ansonsten geht es nächste Woche wie gewohnt weiter mit einer Schokofroschkarte. Genau. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Tschüss. Und jetzt geht's ab zu den Outtakes. Did you miss me? XOXO. Gossip Girl. Schokofrog. Der Wirt im Eberkopf war Aberforst Dumbledore. Der Wirt im Eberkopf war Aberforst Dumbledore. Das kann ich nicht sagen. Wir haben hier eine ganze Folge über den gestoppt. Kannst auch Abby sagen. Ich sag mal, jetzt mal meine Spucke. Der Wirt im Eberkopf wollte ich Dumbledore sagen. Also es ist, so, jetzt nochmal. Dass Malfoy absichtlich in den Eberkopf... Jetzt kann ich es auch nicht mehr sagen. Hier siehst du. Vielleicht hatte Malfoys den... Malfoys? So heißt der jetzt. Wäre es ein Fehler, Malfoys zu... Warum sagt jemand Malfoys? Dieser Name ist dir gänzlich unbekannt. Wer ist das nur, dieser Malfoys? Ich finde den Namen halt besser als Malfoy. Das S macht Slitheriza. Das ist mir... Schließlich war er der Sohn und Patensohn von seinen zwei besten Freunden. Ach so. Das klingt, als wäre James Serious irgendwie zusammen. Er band den Brief an den Kautz von Malfoy und schickte sie ins Freie. Hä? Sie? Die Kautz. Nie hatte er... Nie hatte sie ihn... Nein, so. Nie hatte sie ihn... Blah, blah, blah. Immer wenn er sie nach dieser schönen Zeit in Hogwarts zurück... Ach so. Immer wenn er... Ach ja. Er nahm sich vor, ein Auge auf Edwig zu haben. Er nahm sich vor, ein Auge auf Edwig zu... Edwig? Aber er hatte genügend Monster um sich... Wollte Voldemort sich an diesem Troll... Wollte... Wollte Voldemort... Hilfe. Es gab so viele Fragen, dass Harry umso mehr darüber nachdachte, Kopfschmerzen... Was? Komm? Ja, ich... Ich wollte mal Kopfschmerzen haben. Denk mal drüber nach. Es gab... Nochmal jetzt richtig. Harry musste ein paar Minuten lang überleben. Aber bitte nur ein paar Minuten, Harry. Übertreib es nicht. Das reicht dann auch. Wollte sie nicht übertreiben. Ja. Sagt der Aberforth. Er hatte eine raue Stimme. Ja gut, das ist nicht raum. War ein netter Kerl. War ein netter Kerl? Ich hoffe, der redet nicht so viel. Ich kann nicht mehr reden. War ein netter Kerl. Wenn man bedenkt... Ich bin im Stimmbruch. Aber Worte hat nur mal kurz in den Stimmbruch gekommen. Auf seinen alten Tage. War ein netter... Ich kann nicht mehr reden. Er hat keinen Imperius. Nein, das sagt Remus. Aber so. Ich glaube, ich wollte auch damit sagen, er steht nicht unter dem Imperius-Fluch. Weil er hat... Das macht eigentlich diese Formulierung. Oh Gott. Ich komme nicht mehr aus diesem Heulen raus. Und tschüss. 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 Vielleicht hatte... Vielleicht... Nee, warte mal. Harry hatte Malfoy noch nie so hässlich gefunden. Was? Was? Nein, warte mal. Das ist jetzt ganz komisch. Harry Potter. Harry... Remus hielt vor einem strahlend gelben Haus. Eigentlich Strandgelb. Ach ja. Was ist denn Strandgelb? Ich glaube, ich meinte Sandgelb, aber... Wahrscheinlich. Aber dann... Strahlend gelb hätte ich jetzt auch gut gefunden. Jemanden zu reden, der Dumbledore besser als alle anderen kannte, weil... Egal. Den Satz lasse ich weg, weil ich verstehe ihn nicht. Ich glaube, ich bin... Vielen Dank.